Es hat keinen Sinn, wir müssen es anders machen. Es hat keinen Sinn, wir müssen selbst fahren mit dem Roller. Der Führerschein, macht sich das schlecht? Das ist echt bitter. Halt. Dammit, du Kacke, jetzt kann ich wieder laufen, Alter. Junge, Junge, Junge. Ja, hier. Was? Du hast nicht... Ja, super, toll, ich hab nicht genug Geld. Ja, wird immer besser. Ich kann den Taxifahren nicht mehr bezahlen. Hö, läuft. Ja, äh, 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 muss ich nicht mal anrufen. Sieht schlecht aus. So, hab ich gerade festgestellt, sieben, oder? Wird nix. Oh, Junge. Der geht in sein Handy nicht. Poah, ich weiß wenige, wo ich den Beatzeljulzen, nein, der kann ich nicht anrufen, der ist definitiv. vielleicht da, mich von dem Powerpoint, kann ich auch nicht anrufen, okay, nein, Taxifahrer ist nicht da, aber was weiß ich, ja und jetzt, tja, dann hilft nur eins, Leute, das ist auch ne, das wird, ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ziemlich, naja, dem ich die Cops hätten sie mal Automatin machen sollen, so Junge, ich muss per Anhalter fahren, gucken, ob er mich nicht mehr mitnimmt, ne, geworfene Spieler, na, hier, au, perfekt, dankeschön, da läuft, da hat es mich weggesnatcht, was hätte ich denn machen sollen, Leute, Taxifahrer geht nicht ran, der geht sein Handy nicht ran, also muss ich mich auf die Straße stellen, tja, was soll ich tun, was solltest ein Spieler also besonders höflich oder, was, was stand da mit Höflichkeit, weiß ich nicht, schon gewusst, wie das ist der 11, kannst du Screenshots erstellen, da meine, sonst finden sie es, du denn ein, ja, was will ich damit machen, keine Ahnung, was, mit, ja, das ist, das ist echt praktisch, das ist echt super, oh man, jetzt müsste ich mich schon abfallen, was ist vom Krankenwagen, ich mach hier mal kurz einen Break, Leute, bis klein.